Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, der Mittwoch, 23. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 377 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Magento, Fiber 7, Two-Step, One Password 7, Salt Fiber, Instagram Mute, WWDC18, USB-C auf zu Lightning und Acer News. Begonnen mit einem grossen Übernahme eines grossen Giganten. Adobe hat nämlich Magento übernommen. Eine Business-Plattform für E-Commerce, aber nicht nur im Bereich Business-to-Business, sondern auch Business-to-Commercial, also B2B und B2C, ist das Ganze sinnvoll für Adobe, um unter anderem seine Produkte, aber natürlich auch für weitere Möglichkeiten anzugehen. Ich bin ja schon sehr gespannt, wie Adobe das Ganze integrieren wird und wie sich das weiterschlagen wird in Zukunft. Fiber 7 ist in der Schweiz der, ich würde doch behaupten, beste im Bereich Preis-Leistungs-Verhältnis Fiber-Anbieter, den es gibt. Denn da gibt es für, ich muss nochmals kurz nachschauen auf der Webseite, genau, 64, 75 im Monat eine 1 zu 1, also 1 GB Down und Up pro Sekunde. Und ja, schönes Angebot für den Preis. Und die haben jetzt noch eins oben drauf gehauen, denn da gibt es ab neuestem auch ein TV-Angebot mit oben drauf. Das bekommt ein jeder Kunde automatisch, nennt sich TV7 und ist über jede Apple TV, die daran, also in diesem Hintergrund, in diesem Anschluss angemacht ist, über eine App aufrufbar. Und das Tolle daran soll sein, dank der Multicast-Technologie soll das Ganze verzögerungsfrei sein. Wenn man ja irgendwie, ja, wie ich jetzt am Wochenende im Eishockey-Final schaut, auf Zatou und Teleboy und so weiter, über solche Möglichkeiten oder auch über andere ähnliche Geschichten, hat man immer das Problem, dass es da leichte Zeitverzögerungen gibt. Und das soll eben diese Multicast-Technologie bei TV7 umgehen oder besser sagt, besser machen. Leider gibt es das bei uns nicht. Liebes Fiber7, führt eure Glasfaserkabel bis hier zu mir nach Ätziken, dann würde ich das natürlich sehr, sehr gern auch mal testen. Bin ich gespannt. Mozilla hat endlich was bekannt gegeben, nämlich für die Firefox-Accounts, also die Accounts in der Cloud, mit denen ihr Mirror eurer Browser auf der Basis Mozilla synchron halten könnt. Die könnt ihr jetzt schützen über die Two-Step-Verification. Eine tolle Neuigkeit und unbedingt einzuführen für all diejenigen, die noch mit Firefox unterwegs sind. Denn, ja, wo es geht, Two-Factor-Authentification oder Two-Step-Authentification, immer ein Muss, wie ich finde. Wenn ihr wissen möchtet, ob ihr Dienste nutzt, die auf eben so ein Two-Step-Verification setzen, geht es ganz einfach mit der neuen One-Password-Version in der Version 7 auf dem Mac. Da hat es einen riesen Update gegeben, zum einen im Grafischen, aber auch zum Hintergrund. Und die Mini-Geschichte, also die One-Password-Mini, was sich oben im Menü eindockt, die ist ganz cool geworden und kann jetzt auch mit Passwörtern umgehen, indem ihr einfach ein Passwort rauszieht und zum Beispiel, ja, ein Beispielbild jetzt hier rüberzieht in iTunes oder in sonst so ein Login-Screen und auch sonst einiges grafisch aufgewertet. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eben die Neuigkeit, ihr könnt euch anzeigen lassen, welche Dienste in diesem Internet auf Two-Factor-Authentification setzen und könnt da dann, ja, die Dienste damit versehen, sofern ihr das noch nicht habt. Tolles Update. Überlegt ihr einfach, ob ihr es tun möchtet, denn hier geht es natürlich in Richtung monatlich bezahlen oder wieder eine volle Lizenz zu kaufen. Und wer eine Sechser hat und dann einfach mal Upgrade macht, denn das geht, der bekommt dann eine Probeversion zugestellt und wird dann nachher zur Kasse geboten, logischerweise. Ich bin mal gespannt, ob ich dann wieder zurück kann auf meine Sechser. Ansonsten für mich ganz klar, die neue Version muss hin. Nur die Frage, lege ich wieder 60 Euro oder, äh, ja, Dollar auf den Tisch oder bleibe ich bei zwei monatlich, äh, bei monatlich zwei Dollar, glaube ich, so etwas in dem Schnitt herum, womit ich dann ja wieder zwei Jahre warten könnte, bis die nächste Version kommt. Müssen wir mal abchecken, wann die letzte, also die Sechser gekommen ist. Wir gehen über zu einem weiteren Provider, auch wieder aus der Schweiz. Salt, das waren die, die früher Orangen verkauft haben und jetzt eben Salz. Spass beiseite, nee, Salt hat ja vor kurzem das Ultra, in Anführungsschlusszeichen, günstige Fiber-TV-Telefon, Internet, alles in einem Sorglos-Paket angeboten. Und mit dem gibt es anscheinend deutlich Probleme. Von Seiten Salt wird das ein bisschen runtergespielt auf kleine Mengen. In meinem Stream tauchen doch immer wieder Leute auf. Und auch der Blick hat anscheinend einige Nutzer gefunden, die eben Probleme hatten. Und einer davor war auch ein Blick-Tester, also lieben Gruß an den Lorenz, der da auch Probleme hatte. Aber dank, ich sage jetzt mal, Promi-Bonus ging es dann doch ein bisschen schneller. Ich hoffe, für all die anderen Kunden geht es in Zukunft schneller und vor allem auch ohne Probleme vonstatten. Denn nicht nur die Umschaltung hat versagt, sondern auch der Kundendienst, wie so oft in dem Shop-Laden zu Hause. Leider, wie man so hört. Hören sagen, genau. Das nächste Thema. Instagram hat endlich einen coolen Filter eingebaut. Und das ist der Mute-Filter. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr durch euren Stream geht, einzeln je beider Personen oben rechts auf die drei Pünktchen drücken. Sofern natürlich freigeschaltet. Dann auf den Mute-Button und dort könnt ihr dann entscheiden, was gemutet werden soll. Zum einen könnt ihr muten die Posts der Person oder die Posts und die Storys. Das macht für mich endlich Sinn, denn es gibt viele Leute, die ich verfolge, deren ihren Account extrem gern, weil ich deren ihr Foto mag, die sie so posten über das Ganze, also über ihr Profil. Was ich aber bei vielen Personen auch wiederum nicht mag, ist deren ihr Story. Bei den Storys verfolge ich ein paar einzelne Leute, so 20, 30 Nasen, die ich täglich schaue und all die anderen interessieren mich eigentlich gar nicht. Und so kann ich jetzt endlich all diese Leute rausfiltern. Weil wenn ich Posts von Story und den Posts weg haben möchte, also beides weg muten möchte, dann kann ich die Leute auch gleich entfolgen. Aber ja, anderes Thema. Die WWDC, endlich ist es klar, also klar war es schon länger, aber endlich ist es offiziell draussen. Die Einladung ist raus. Man kann und darf wieder spekulieren, was aus der Einladungskarte alles ersichtlich ist und Erneuerungen zu kommen scheinen. Am 4. des nächsten Monats, am 4. Juni geht es los, bis zum Mittagten. Die Keynote, wie immer am ersten Abend, also am Montag, 19 Uhr zu unserer Ortszeit, 10 Uhr drüben an der WWDC selber. Und ja, wir dürfen gespannt sein. Software, Hardware, was es auch immer geben wird, seid nicht enttäuscht, liebe Leute. Aber das sagen wir sicherlich noch das eine oder andere Mal, wenn es denn so weit ist. Auch hat Apple still und leise im letzten Monat ein paar Preise abgeändert. Und das geht jetzt natürlich plötzlich durch die ganzen Apple-Blogs und auch die anderen, die auf Klick basierenden News-Meldungen, Seiten und so weiter sind. USB-C auf Lightning-Kabel, was beim letzten iPhone ja nicht beilag und dem einen oder anderen sauer aufstieß, weil er doch schon das neue MacBook hatte und da gerne auch gleich synchronisieren oder Strom abholen möchte. Die kann man jetzt günstiger kaufen. Früher 1,25 Dollar, 2,35 Dollar. Neu ist das Ganze um 25 Dollar günstiger. Heisst, ab 19 Dollar seid ihr mit dabei und könnt somit deutlich günstiger einkaufen. Auch in der Schweiz sind die Preise mittlerweile schon gesunken. Das 1,25 Fränkige Kabel ist neu nur noch 18,95 im Preis. Und somit doch deutlich erschwinglicher als anders, auch schon als früher, besser gesagt. Zu guter Letzt heute am Mittwochabend, wenn ihr interessiert seid an Produkten aus der Windows-Welt, aber auch aus der Chromebook-Welt, solltet ihr in Richtung New York schauen. Das wird relativ schwierig von da aus, wo ihr wahrscheinlich gerade sitzt. Aber für was gibt es ja das Internet und Live-Berichterstattung, sprich Live-Ticker und Live-Berichterstattung über einen YouTube-Stream. Und den gibt es heute um 17 Uhr, deutscher, schweizer und österreichischer Zeit. Denn da könnt ihr direkt zuschauen, was Acer alles Neues zu berichten hat. Es soll ein neues Außenbereich Gaming geben, ultra dünne Geräte. Da frage ich mich, wie viel dünner als das aktuelle, ja, das 5.7, was bei 8 Millimeter circa liegt, glaube ich. Kann das Ganze noch gehen, aber ich bin extrem gespannt und natürlich eben auch in Richtung Chromebooks soll es Neuigkeiten geben. Unter den virtuellen Pressebesuchen von der Pressekonferenz werden übrigens auch Ultrabook-Swift-5-Geschichten verlost werden, sollte man zuschauen, wenn man an solchen Geräten interessiert ist. In diesem Sinne, das waren es die News, die ich heute für euch bereit habe. Sicherlich morgen schon auch das eine oder andere von dieser Acer-Pressekonferenz. Ich bin extrem gespannt und werde mir das nach Möglichkeit natürlich gerne anschauen. Das waren die News für den heutigen Tag. Habt einen schönen, vor allem auch einen erfolgreichen Tag. Und ja, wie immer, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.